Am Dienstag wird kein Schnee mehr erwartet. Dafür kommt es den ganzen Tag über immer wieder zu Regenfällen, die von stürmischen Böen begleitet werden. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Nachts bleibt der Himmel bedeckt bei Tiefstwerten von 4 Grad. Auch der Dezember startet windig und regnerisch. Die Temperaturen steigen aber etwas an. Das Thermometer zeigt eine Höchsttemperatur von 9 Grad an. Ähnlich sieht die Wetterlage auch am Donnerstag aus. In der Nacht zum Freitag wird mit leichten Schneefällen gerechnet. Am Freitag zeigt sich die Sonne endlich wieder. Die Temperaturen sinken aber in den Minusbereich. Minus 2 bis plus 2 Grad werden erwartet.